Im Moment wird heute bekannt, dass es den öffentlichen Transport gratis ist, aber wohl so wichtig wie gratis öffentlichen Transport ist, aber dass das Angebot besser geht und dafür investiert die Regierung, genauso wie die Fiedrun, eben konsequent und nicht von Nürnberg sind ganz wichtig und ein besseres Angebot sowohl was den öffentlichen Transport angeht, wie auch was als Radwehr angeht.